Neulich entdeckte ich auf TikTok ein Video von einem wunderschönen Pferd namens Morco und war von seinen schönen Farbe und Statur begeistert. Ich wollte das Pferd malen. Ich schrieb die Besitzerin an und sagte, wie sehr ich ihr Pferd bewundere. Ich stellte mich vor, dass ich Porträtmaler bin und dass ich gerne ein Porträt von ihrem Pferd malen würde. Sie antwortete, dass es für sie eine große Freude machen würde und schickte mir gleich ein paar Fotos von Morco. Ich machte mich an die Arbeit. Für realistische Porträtmalerei verwende ich grundsätzlich Ölfarbe, da diese Farben natürlicher wirken, Porträts mehr Tiefe haben und einfach realistischer aussehen. Den Hintergrund gestaltete ich auf Annes Wunsch hin neutral in hellgrau, um einen schönen Kontrast zu dem dunkelbraunen Pferd zu schaffen und den Fokus auf Morco zu lenken. Ich schickte Anna immer wieder Fotos vom aktuellen Stand des Porträts, damit sie den Fortschritt beobachten konnte. So konnte sie live miterleben, wie ihr geliebtes Pferd auf der Leinwand Gestalt annimmt. Die Augen sind immer das Wichtigste an einem Porträt, ob Mensch oder Tier. Wenn die Augen gut getroffen sind, ausdrucksstark sind, ist das Porträt gelungen. Noch ein paar Details nacharbeiten und hervorheben und das Porträt ist fertig. Ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis und konnte es kaum erwarten, Annes Reaktion zu sehen. Ich schickte ihr das finale Foto und sie war begeistert. Morco war gut in Szene gesetzt und seine einzigartige Persönlichkeit war perfekt eingefallen. Danach verpackte ich das Bild in eine stabile Versandtube und verschickte es zu Anne nach Finnland. Drei Tage später kam das Bild bei ihr an und sie schrieb mir, dass das Bild in Natura noch schöner aussehe als auf dem Foto. Anne wirkte glücklich und zufrieden. Wenn auch du Interesse an einem Porträt hast, sei es von deinem geliebten Tier oder von dir selbst, dann kontaktiere mich gerne. Dein Porträtmaler Stefan Papst